Mit Adobe Stock für Unternehmen haben Ihre Kreativteams den direkten Zugriff auf Millionen hochwertige Inhalte wie Fotos und Videos, 3D-Elemente und Grafiken sowie Vorlagen, die Sie direkt in den Programmen der Creative Cloud nutzen können. Adobe Stock ermöglicht hier wirklich die stressfreie, bequeme Suche nach den perfekten Inhalten bei Berücksichtigung der Lizenzanforderungen großer Unternehmen. Sehen wir uns ein Beispiel in Photoshop CC an. Für eine aktuelle Kampagne benötige ich nun Bilder von Hamburg. Über das Bedienfeld für Creative Cloud Bibliotheken kann ich nach einem Asset suchen, direkt in Photoshop. Dieses Bild erfüllt nun ideal unsere Anforderungen, daher speichere ich die Vorschau in meinen Creative Cloud Bibliotheken. Bis zum Kauf ist es noch mit einem Wasserzeichen versehen. Ich ziehe das Bild aus der Bibliothek in ein Dokument und kann dann mit der Bearbeitung starten. In meinem Beispiel wende ich eine Korrekturebene an. Die Lizenzierung erfolgt ganz einfach durch Klick mit der rechten Maustaste auf das Bild in der Bibliothek. Die mit Wasserzeichen versehene Version im Dokument wird dank Creative Sync automatisch durch die hochauflösende Version von Adobe Stock ersetzt. Alle Bearbeitungsschritte bleiben dabei erhalten. Jeder Nutzer im Creative Cloud Team kann sehen, dass ich das Bild lizenziert habe. Die mit Wasserzeichen versehene Version wird auch in der Bibliothek anderer Teammitglieder automatisch ersetzt. Jemand aus meinem Team hat ein weiteres Bild zu Hamburg bereits lizenziert. Dieses nehme ich auch in meine Brorschüre mit auf. Adobe Stock für Unternehmen erfüllt also die Lizenzierungsanforderungen großer Unternehmen und Organisationen. Der Service erleichtert die Lizenzierung von Inhalten wie Fotos und Videos, Grafiken und 3D-Elementen und Vorlagen in Ihrem Kreativprozess. Wir sind sehr auf Ihre Ergebnisse gespannt.